so dann gucken wir mal das hier wird wahrscheinlich barngleis sein wie sieht das denn aus wenn wir natürlich eigentlich nicht wenn ich direkt auf zwei tasten gekommen wenn ich dann jetzt von hier da ist einer das ist mir egal hier ich speichere jetzt übrigens öfter da habe ich mitgefiebert ja verbinden alles easy ich weiß nicht ob es hier drin ist aber später hat man doch glaube ich die basis übernommen oder war das nicht so ja ja das klang nah jungs ich will doch einfach nur ja ja könnte er ja machen das ist mir egal wäre trotzdem eigentlich einfach nur hier entspannt looten ja wäre ich es vielleicht noch ein bisschen ja perfekt so wird es auf jeden fall nichts ja cool weapon jammed er ist sehr genial ja hat Junge! Ich bin so konzentriert. Also wirklich. Cool. Ich finde Stash, die noch keine Stash, also die sind schon Stash, aber die ich noch nicht looten könnte. Gut. Dann wäre ich fast runtergesprungen. Perfekt. Aber im Grunde genommen bin ich doch jetzt einfach eigentlich hier fertig. So, hier und tiefer. Ja, Alkohol kann man immer mitnehmen. In dem guten Klo. Ui! Ah, perfekt. Ja. Sag mal so, hier könnte ich ordentlich Geld machen. Ja. Aber. Ja, gut. Weiß rum. Ak74. Da ist auch noch ein Stash. Ist wahrscheinlich... Genau. Hier war auch noch keiner. Hier sind aber welche. Uiuiui. Ich will eigentlich sowieso nur die Munition... Wie viele liegen denn hier? Ist für mich meiner Meinung nach erstmal wichtiger. Und hier drinnen ist wahrscheinlich absolut gar nichts. Aber egal. Wir können ja trotzdem Luki-Luki machen. Ähm. Wir werden hier einfach nichts finden. Ne. Schade. Gut. Aber. Im Großen und Ganzen hoffe ich einfach... Dass wir... Äh. Da lang. Können wir von der Seite rein? Ne, was? Ui. Sogar richtig nice Muni. Also sehr, sehr gute. Socker-Goodies. Ach, das ist wahrscheinlich unter mir sogar. Scheiße, da muss los. Oh ja. Jippie. Nee, schön. So, das wird ein Spaß. Na ja, komm. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ah, dieses komische SDK-Kommando war ganz dringlos. Also, wer dir ausgebildet hat, Junge. Der war absolut Schmutz. Ja, den Typen da oben. Okay. Ja, gut. Aber komplett vorbei ist es jetzt auch nicht, weil... Alter, wo bist du denn? Wow. Der Alarm ist ja grandios. So. Oh. Gut, da ist der auch down. Der erhöht. Ah, fuck. Ich geh da hoch. Da drinne hocken sie bestimmt in jeder Scheiße Ecke. Ich sag's euch. Uah. Das sind so die richtigen Pimmelberger hier. Ah-hah. Hm. Ja, gut. Alter, hast du mich erschrocken. Geh mal hoch hier. Wo ist denn der? Hallo? Oder hat's... Ach, der... Oh, den hat's runtergepeppert. Ich will auch so cool aussehen. Sieht einfach nur kacke aus. Hm. Oh, hier ist halt nix. Kann der Gedudel mal aufhören? Das wäre schon Premium, ja? Das war doch hier. Ich weiß nicht von wo. Aber... Ja. Ach, Mann. Kleinen Moment. Ja. Das Ding ist ja auch... Mir kommt das alles so bekannt vor. Aber ich kann das grad voll nicht zuordnen. Wissen nicht warum. Hab ich mich erschrocken. dann... Oh Gott. What? Yo. Fun. So. Da. Marked One. I told Barkib about you. He should talk to Duty guys to let you through. I suggest you go see him fast. Was? Äh... Take documents to the Barkeeper. Be fast. Be fast. Podcast? Ta. Langsam. oh digga oh schön ich habe keine ahnung ehrlich gesagt was mich da angegriffen hat aber es ist mir auch egal ja komm ja äh hallo hä jetzt keiner mehr na gut dann ist das so ach nö warum dann ist das so und dann ist das so ruhig in ruhe hier hab euch nicht stetan ja das könnte haben das könnte haben zum trade 50.000 habe ich perfekt ja ich müsste jetzt da oben durch eigentlich normalerweise machen machen wir das oder wir entspannen mal kurz das 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 das